Ende des letzten Jahrtausends explodierte im Dotcom-Fieber der Paketmarkt. Ein kleiner Online-Shop erkennt die Chance und ist wenig später Software-Partner von eBay. eLox ist eine virtuelle Einkaufsgemeinschaft für Logistikleistungen. Das Modell ist simpel, eLox ist ein reiner Broker. eLox fährt nicht selbst, sondern ist Großkunde bei 20 der größten deutschen Transportdienstleister und vielen kleinen, lokal besonders gut aufgestellten Speditionen. Durch diese Kooperation können Transportdienstleistungen vom Standard-Paketversand bis zum Container-Import aus einer Hand angeboten werden. Heute ist der Transportvermittler kein Dreimann-Garagen-Unternehmen mehr, sondern hat die Verantwortung für über 120 Mitarbeiter, Millionen Kunden und einige hundert Partner, Dienstleister und Lieferanten. Das kontinuierliche jährliche Umsatzwachstum betrug in den letzten fünf Jahren durchschnittlich 17,9%. Der systematische Aufbau dieser ungeheuer flexiblen Organisation ist eine unternehmerische Meisterleistung per excellence. Führungskultur, Mitarbeiterbegeisterung, ununterbrochene Weiterbildung, Qualitätsmanagement, Innovationsförderung, Kundenbegeisterung sind hier keine Agenda-Punkte, sondern gelebte Unternehmenskultur. Soziales Engagement beweisen Logistiker naturgemäß am liebsten mit ihrer Kompetenz im Transportwesen. Auch im schulischen Bereich, in der Gesundheitsvorsorge oder im Sport ist das Unternehmen vielfältig engagiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017